Hi, ich bin Lea, 19 Jahre alt und absolviere derzeit meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Hier bei Bankwitz beraten, planen, bauen in Kirchheim-Unterteck. Wie genau meine Ausbildung abläuft und wie mein Arbeitsalltag aussieht, das zeige ich euch heute und wünsche euch viel Spaß. Angefangen im zentralen Sekretariat bis hin zur Teamassistentin ist mein Aufgabenbereich umfangreich und abwechslungsvoll. Aufgaben wie zum Beispiel die Rechnungsstellung, die Rechnungsprüfung, der Posteingang sowie der Postausgang und die Kundenbetreuung gehören zu meinen täglichen Aufgaben. Vor allem die Kontaktfreudigkeit und der Umgang mit Menschen sowie auch das Zahlenverständnis und die Rechtschreibung spielen eine große Rolle in der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Doch nicht nur die alltäglichen Aufgaben bereiten hier Freude. Vor allem Spaß machen tut mir die Planung und Veranstaltung von Ausflügen oder Festen, wie zum Beispiel die jährliche Klausurtagung oder das Jubiläumsfest von Bankwitz beraten, planen, bauen. Und wenn auch du ein Teil unserer Mannschaft werden möchtest, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung auf neuemitspieler.bankwitz.de Bis zum nächsten Mal.